Hallo YouTube und herzlich willkommen auf EU2KTV zu einer neuen Folge von FIFA 17 Ultimate Team wo wir heute mal wieder ein paar Päckchen öffnen und zwar sind die Foot Champions Monatsbelohnung ne Quatsch Monatsbelohnung ist ja Blödsinn die Wochenbelohnungen sind da es ist jetzt Donnerstag 0 Uhr 30 ich weiß nicht ob sie vorher schon da waren auf jeden Fall sind die Wochenbelohnungen da und ich würde sagen wir machen es einfach mal auf ich hoffe natürlich das was geiles drin ist in letzter Zeit war es ja nicht so der Kracher geil wäre wenn ich so ungefähr mit den Belohnungen nochmal so 60.000, 50.000, 60.000 bekommen würde weil dann könnte ich mir nicht Lewandowski leisten das ist nämlich der nächste Wunschspieler den ich hätte sagen wir machen das Ding hier einfach mal auf und schauen mal Foot Champions Weekend League ich hatte ja Gold 2 abgeschlossen ich weiß gar nicht ob ich es schon gesagt habe auf jeden Fall Gucken wir mal 45.000 Münzen gehen schon mal klar zwei seltene Megasets und ein seltenes Gold Set Gucken wir mal ich habe mich dazu entschlossen dass ich also ich bin auf jeden Fall wieder qualifiziert das seht ihr ja auch dass ich die seltenen Sets zuerst aufmache weil eigentlich war es immer so dass das ne Quatsch das seltene Megaset die werde ich zuerst aufmachen weil im seltenen Gold Set das ist immer das wo ich am meisten Packlack hatte und ich würde sagen jetzt machen wir zum Schluss aus wegen der Spannung also fangen wir mal an mit dem seltenen Megaset und bitte lass was Geils dabei sein aber es ist schon mal kein Walkout das steht schon mal fest dafür ist die Ladesequenz zu kurz ach den Typ ich weiß nicht wie oft ich Kor Luka schon gezogen habe nicht mal ein 84er Spieler lass wenigstens ein paar oh Gott Kovacic Korera Tello naja naja Verträge sind wieder einige dabei eine Team Fitness Card das ist doch scheiße ja super das Logo von Arsenal die Stamford Bridge na gut hauen wir das erstmal alles in den Verein ich glaube da war hier so wenn ich es verkauft hätte war nicht wirklich was Gutes dabei nochmal das zweite auf wieder kein Walkout und wieder so ein gammiges kleines Sternstübchen wieder so ein ZUM 83 okay der könnte momentan ein bisschen was bringen wegen den Squad Building Challenges die aktuell aktiv sind Entschuldigung das ist mein Hals der ist noch ein bisschen trocken oh gucken wir mal das schauen wir doch gerade mal ob die was wert sind die 83er jawohl 2200 das geht doch schon mal klar sagen den hauen wir auch direkt mal drauf für die 2200 so der Williams ist doch dann bestimmt auch so viel wert also könnte jawohl 3300 ich glaube diese Squad Building Challenges sind für mich zum wirklich besten Zeitpunkt gekommen der Mario Gomez ist auch da schönen guten Tag guck mal was ist denn der Herr Gomez wert wahrscheinlich nicht so viel 750 gucken wir mal für was der ausläuft ich denke mal der Abschlusspreis liegt so bei 630 dann die 5% abziehen ja ja gut so Rentino was ist der denn wert nix Miné wird der Miné ausgesprungen weiß ich nicht ich gucke jetzt nur noch durch was die so wert sind ich denke mal die werden wahrscheinlich gar nichts wert sein weil einfach das Rating zu gering ist das sieht auch nicht so aus hier naja gut dann halt Absturzpreis wieder ich hab Musa ernsthaft ich hab Musa das sicher jetzt erst den haben doch so viele toll der ist ja gar nichts wert naja gut 1900 wenigstens super ich dachte jetzt ernsthaft oh Musa 10.000 so Rentino hatte ich ja schon geguckt den hatte ich auch geguckt ich bin so doof da war ich doch schon überall hier ein 91er aus der italienischen Liga der könnte auch mal ein paar Tacken wert sein ist er aber nicht Fernandao ja ich hab schon gedacht wer bietet denn bitte wer bitte warum stellt denn jemand für 9.900 rein wobei ich sagen muss ich hatte auch Glück ich stelle momentan meine ganzen Goldkarten ich hab ne einfache Goldkarte die du für 150.200 kaufen kannst hab ich reingestellt und die hat einer für 5.000 sofortkauf mir abgekauft weiß ich nicht was das für ein Trottel war ah wenigstens 2 Fitnesskarten Heilung 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 hab ich ganz schön viele heute die kann ich da mal loswerden LM zu LF jawoll das Trikot von Geistleiter oh ein Vertragsset und ein Spielerset das ist geil das ist geil das ist geil das ist doch sehr schön Verträge Verträge da ist ja schon wieder der Koluka wollt ihr mich verarschen Alter was ist denn der Typ wert nix das ist schon geil wie viele Milliarden Spieler gibt es in FIFA 17 und ich ziehe in 2 Packs hintereinander Korluka auf die Transferliste mit dir so den Rest packe ich erstmal in den Verein vielleicht kann ich mit Squadbuilding Challenges da irgendwie noch was machen so seltenes Goldset 2 Spieler Set wir machen erstmal die kleinen auf ich glaube nämlich das bringt Pech oh wow und wer ist es Peres den hab ich glaube ich auch schon 25 mal gehabt gut das war übertrieben vielleicht 24 mal juhu kann man die wenigstens verkaufen die kann man ja wenigstens sogar verkaufen ist der was wert 700 geht klar weg mit dir gucken ob der italienische Spieler ja was wert ist komm dann ab in den Verein erstmal mit dir vielleicht können wir mit dir noch irgendwas anstellen so gemischte Verträge auch erstmal aufmachen na sehr schon kann ich die verkaufen ja die kann ich sogar verkaufen sehr schön weil das sind diese goldenen Verträge die ich meinte wo ich 5000 für bekommen habe und jetzt das seltene Goldset komm Baby komm bitte man den hab ich doch letzte Woche schon mal gezogen ey ihr wollt mich doch verarschen EA ihr wollt mich doch echt verarschen was ist das denn hier sind zwei Spieler drin weißt du da freust du dich hier auf so ein Set denkst du das ist das geilste von allen und dann ist es wahrscheinlich das beschissenste von allen kriege ich für den wenigstens mal so 1000 oder so hier ein 81er Spieler in so einem Set drin 1300 wenigstens ja ich weiß nicht also das wird auf jeden Fall ich müsste wahrscheinlich Forsberg verkaufen für Lewandowski ja absolut was haben wir hier noch hier schon wieder den hab ich schon in dem anderen Pack gehabt ey was ist das für ne Kacke ey du kriegst echt Zustände wenigstens noch ein paar Fitnesskarten fürs Team noch ne Heilungskarte ist ganz gut dann würde ich sagen war es das mit dem heutigen Pack Opening mehr ist ja nicht da ich kann euch das höchstens grad nochmal zeigen nicht dass ihr denkt ich verarsche euch hier seht ihr es 5000 Sofortkauf hat mir da einer ja für geboten na gut dir wird wahrscheinlich diese Karte mit Bedacht eingesetzt haben ich weiß es nicht Leute ich bin auf jeden Fall an dieser Stelle raus hat leider auch in dieser Woche nicht so viel gebracht trotzdem hoffe ich ihr habt ein bisschen Spaß würde mich natürlich freuen wenn euch das Video mit einem Daumen nach oben bewertet und mir ein Abo hinterlasst wenn es noch nicht passiert ist ich bin an dieser Stelle raus wünsche euch allen noch einen schönen Tag lasst euch gut gehen bis zum nächsten Mal und ciao